BR 2018 Ankerplatz voll los! Langsam Backbord! In meinem ersten Checker-Tobi-Kinofilm wird's abenteuerlich. In Checker-Tobi und das Geheimnis unseres Planeten dreht sich alles um ein spannendes Rätsel. Es geht um die Geschichte unserer Welt und um Tiere, die sogar im All überleben. Meine Suche führt mich auf eine Vulkaninsel und ich wage mich mit Forscherin Ulla bis zum Krater vor. Der Willkommensbrust für dich vom Vulkan. Biologe Uli nimmt mich mit nach Tasmanien. Alles Leben ist in mir entstanden. Zusammen entdecken wir den größten Lebensraum unseres Planeten. Im Grönland reise ich zu Wissenschaftlern, die im ewigen Eis die Zukunft der Erde erforschen. Und dann geht's nach Indien. Ob ich hier die Lösung für das Rätsel finde, das seht ihr im Kino. Ab Donnerstag, den 31. Januar. Ab Donnerstag, den 4. Januar. Dann geht's nach Indien. Ab Donnerstag. Ab Donnerstag. Ab Donnerstag, den 3. Januar. Ab Donnerstag. Untertitelung des ZDF, 2020